Hallo zusammen und willkommen zurück zu Multiprocessing, Multithreading in Python. Heute wollen wir die beiden vergleichen. Ihr hattet als Übung das Ganze als Multithreading-Programm zu schreiben. Das sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich habe das relativ minimal gehalten. Wir haben hier einmal Multithreading-Factor. Das ist das, wo quasi der initiale Aufruf stattfindet. Hier wird genauso wieder der Chunk berechnet. Hier werden Threads angelegt. Und diese Threads werden dann laufen lassen mit der MTWorker-Funktion. Genau mit demselben Bereich von Variablen und eben auch mit einem Dictionary, in das sie reinschreiben dürfen. Ihr erinnert euch, hier müssen wir jetzt nicht irgendwas anderes verwenden, sondern wir haben denselben Speicherbereich im Gegensatz zu eben Multiprocessing, wo wir verschiedene Speicherbereiche haben. Das heißt, beim Multiprocessing müssen wir eine Queue verwenden. Bei Multithreading können wir einfach ein Dictionary verwenden. Und hier habe ich einfach gesagt, okay Leute, also die ganzen Threads hier, schreibt euren ganzen Krams da rein, in dieses wunderbare Dictionary und habe das hier mit übergeben. Jedes hatte allerdings seinen eigenen Bereich. Also es war quasi eine Liste aus Dictionaries, die ich dann hier unten gemerged habe. Ansonsten kann es zu Problemen kommen, wenn die eben gleichzeitig versuchen reinzuschreiben. Deswegen brauchen wir eine Liste. Okay, cool. Eigentlich super simpel. Und der Worker macht im Endeffekt nichts weiter, als hier ins Dictionary reinzuschreiben, was die Faktorisierung von der Zahl ist. So, und der eigentliche Algorithmus, nämlich die Faktorisierung, ist derselbe. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich den Unterschied zwischen Multithreading und Multiprocessing, indem wir hier entweder MT-Factor oder MP-Factor aufrufen. Und das wollen wir jetzt abusen as hell, denn wir wollen jetzt hier erstmal Import Random, wir wollen das Ganze benchmarken. Import Time wollen wir auch haben. Das habe ich tatsächlich selber noch nie gemacht, das zu benchmarken. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Idee eigentlich, dass man hier mal schaut, was ist eigentlich denn wirklich schneller. Und, ja, lasst uns das mal überprüfen. Wir erstellen uns hier oben erstmal eine Liste an Zahlen. Numbers ist gleich so. Und jetzt können wir hier einfach sagen, hey, ich hätte ganz gerne sehr, sehr viele Random Numbers, weil wir ja Random importiert haben im Endeffekt. Das heißt, was wir hier machen, was wir hier machen ist, 4i in Range. So, wie viele Zahlen wollen wir denn haben? Ich würde es gerne echt übertreiben, ne? Lasst uns mal richtig übertreiben. Ich pausiere euch auch währenddessen und gehe selber einen Kaffee trinken. Machen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Nein, okay, das ist vielleicht zu viel. Und dann sagen wir hier Numbers, wobei wir fangen klein an. Wir machen erstmal nur 9 Zahlen, damit wir auch gucken, ob es keinen Fehler gibt oder sowas. Es kann auch mir passieren, dass ich mich mal vertippe. Numbers.append.random.randint. Ähm, von, wo bis wo machen wir denn? Wir machen von 1 bis hin zu, äh, lasst uns dafür noch Sys importieren, Import Sys, ähm, bis hin zu Sys.max. Das könnte vielleicht wirklich sehr lange dauern, ne? Maxint. Nein? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es Maxint heißt. Das heißt Max Size. Okay. Ähm, das könnte vielleicht wirklich ein bisschen krass sein. Egal. Wir lassen, puh, lasst uns das vielleicht halbieren. Okay. Ähm, gut. Damit machen wir 9 Zahlen einfach zufällig, irgendwelche Zahlen und lassen die durchlaufen. So. Jetzt. Nächster Schritt ist, wir wollen jetzt, also jetzt haben wir die ganzen Zahlen und jetzt wollen wir das einfach tatsächlich stoppen, was länger braucht. Das heißt wir sagen hier, time ist gleich, beziehungsweise start, ist gleich, ähm, time. Äh, Quatsch. Time. Time. Und, ähm, das ist unsere Startzeit und jetzt wollen wir quasi diese Funktion ausführen mit selbstverständlich den Numbers und mit erstmal zwei Prozessen. will ich erstmal machen. Danach machen wir vier Prozesse, dann machen wir acht Prozesse. Ähm, und dann printen wir quasi einfach, wie lange das gedauert hat. Ähm, res wollen wir gar nicht mehr printen, ist uns eigentlich völlig egal, was dabei rauskommt. Wir printen, ähm, time.time-start und sagen hier, ähm, ne, das machen wir separat. Ähm, doch, machen wir hier. Time.time-start und dann sagen wir hier, ähm, multiprocessing with two hey, with two processes took string von dem da, Äh, wenn wir schon im Englischen sind, seconds. Okay. Ups. gut, das ist jetzt das, was wir hierfür machen wollen. Zwei Prozesse, dann, eigentlich könnten wir das auch automatisieren hier. Ähm. Okay, wir wollen zwei Prozesse, wir wollen vier Prozesse und wir wollen acht Prozesse. Und das können wir einrücken. So, und das wollen wir jetzt hier mit Prox starten. Dann haben wir zwei oder so viele Prozesse eben. Okay, multiprocessing mit so und so vielen Prozessen hat so und so lange gebraucht. Jetzt wollen wir das Ganze noch für, ähm, for threads. Wobei, eigentlich kann ich das doch echt copy-pasten hier. Ach so, und einen Prozess brauchen wir ja auch noch. Ähm, denn mit einem Prozess ist es im Endeffekt, als würden wir es normal laufen lassen. Sprich, ein Prozess muss alles tun. Okay, und jetzt sagen wir hier threads. Ähm, und wir wollen hier mt und sagen hier threads. 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 Multi. Threading. Mit so und so vielen threads hat so und so lange gebraucht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich lasse das mal ganz kurz laufen. Okay, hab's abgebrochen. Dauert zu lang. Ähm, so viel Geduld habe ich tatsächlich dann doch nicht. Ähm, wir sagen, wir lassen das hier nur bis irgendwie 50.000 oder sowas laufen. Das ist sonst einfach zu krass, weil halt unsere Factorize-Funktion oder meine Factorize-Funktion einfach echt super langsam ist. Ähm, und dafür machen wir hier 10 draus, dann lässt sich das auch vernünftig aufteilen. Ne, wir machen 8 draus. So, bam. Ähm, und dann lassen wir das nochmal laufen. Ich pausier euch nochmal. Und ich bin unfassbar doof. Ähm, ich habe hier vergessen, den als String zu machen. Aber ich habe gerade gesehen, das dauert jetzt wirklich nicht lange. Ähm, sprich, das kann man auch einfach so mal für euch laufen lassen. Okay. Und wir sind hier fertig. So, jetzt haben wir hier offensichtlich eine Zeit. Ähm, Multiprocessing hat 0, mit einem, also wirklich ohne Verschnellerung hat es 0,05 Sekunden gebraucht. Ähm, mit zwei Prozessen haben wir 0, also sehr, sehr wenig gebraucht. Zwei Prozesse scheinen hier irgendwie sehr effektiv gewesen zu sein. Warum wird es danach wieder länger? Was ist da los? Das liegt einfach da dran, dass es so lange dauert, vier Prozesse hier zu erstellen, so lange dauert die Berechnung nicht mal. Das heißt, hier sieht man auch, die Erstellung von diesen ganzen Dingern dauert einfach zu lange. So, wie sieht es denn mit den Threads aus? Naja, hier haben wir zwei Threads, dauert lange. Ähm, wobei, ne, halt stopp, dauert gar nicht lange, dauert sehr, sehr kurz, nur ist sogar fast gleich schnell. Weil wir hier echt, scheinbar wirklich mit zwei sehr optimal sind. Äh, hier haben wir sogar noch mal vier Threads genommen, weil Threads einfach schneller erstellt werden. Scheint das noch mal ein bisschen schneller zu sein. Aber wie gesagt, das waren jetzt hier auch nur irgendwie acht Zahlen. Ähm, mit acht Threads wird es offensichtlich wieder zu viel. Da macht das dann wieder keinen Spaß. So, und jetzt stelle ich das Ganze mal auf irgendwas Hohes und lasse es laufen. Ähm, wir haben ja hier gesehen, dass ich auch Fehler gemacht habe, ne, ich erinnere euch. Und, ähm, dann pausiere ich euch mal. Ich gehe einen Kaffee trinken, ihr solltet das auch tun. Holt euch einen Kaffee, einen guten Kaffee, immer nur guten. Ähm, und dann gucken wir mal, wie lange das gebraucht hat. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hat nicht so allzu lang gedauert. Ich dachte, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Ähm, war wohl Faktor 2 oder sowas zu wenig. Aber, ich glaube, die Zahlen sind recht eindeutig. Also, man sieht hier, ein Prozess braucht, naja, 49 Sekunden, beziehungsweise fast 50 Sekunden. Das ist relativ lang. Mit zwei Prozessen ist es quasi halbiert, was echt geil ist. Ähm, mit vier Prozessen geht es noch mal ein ganz schönes Stück runter. Allerdings haben wir hier den Overhead, dass wir eben schon ordentlich noch mal, ähm, ein bisschen was zusätzlich machen müssen. Und mit acht Prozessen passiert fast gar nichts mehr. Warum passiert hier fast gar nichts mehr? Naja, ich habe schon angekündigt, ich habe vier Kernen meiner CPU. Das heißt, ich kann vier Prozesse gleichzeitig laufen lassen. Keine acht. Das heißt, hier passiert nicht mehr allzu viel. Warum ist das dann hier trotzdem schneller? Naja, im Durchschnitt muss man sagen, acht Prozesse werden auch häufiger von eurem Betriebssystem, als, ähm, noch mal einer mehr quasi gescheduled. Das heißt, euer Betriebssystem sagt dann, ähm, hey, von diesen insgesamt 128 Prozessen, die gerade auf meinem System laufen, habe ich jetzt hier acht Stück, die von meinem Python-Programm sind. Das heißt, acht Stück werden halt einfach häufiger im Durchschnitt, ähm, drangebracht als nur vier. Deswegen bringt acht auch noch mal ein kleines bisschen Bonus, aber es ist quasi zu vernachlässigen. Ähm, und wir sehen hier, Multifreading hat sogar in jedem Fall länger gebraucht, weil wir hier auch natürlich immer Zeit brauchen, um diese Threads zu erstellen, um dann mit denen arbeiten zu können. Und wie gesagt, ich kann nur zwei Threads gleichzeitig laufen lassen. Mhm. Aber, äh, selbst das hat nicht wirklich einen Bonus gegeben. Und ja, ihr seht, Multifreading und Multiprocessing, naja, Multifreading eher für GUIs Multiprocessing, wenn ihr wirklich mehr Geschwindigkeit haben wollt, Ansonsten, es gelten dieselben Regeln, Deadlocks und so weiter, bitte einhalten. Deswegen auch meine ganzen Videos zum Multifreading. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.